Vertragsunterzeichnung im Fichte-Gymnasium in Karlsruhe. Parallel zur Eröffnung der schulinternen Ausstellung Lichtkunst ersetzt Fenster wurde die schon seit längerer Zeit bestehende Kooperation zwischen der Schule und dem Unternehmen freitagmedia.net GmbH besiegelt. Durch die Initiative Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe soll den Schülern ein realitätsnaher Einblick in die Berufsfelder ermöglicht werden. Partnerschaftsvereinbarung heißt es ja, soll die Kooperation langfristig gesichert werden. Die Partnerschaft mit der Firma Freitag ist in vielfacher Hinsicht schon lange vorhanden, indem die Firma Freitag beispielsweise technische Geräte für Schulveranstaltungen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus sollen nun eben auch die Möglichkeit gegeben werden, oder Herr Freitag räumt, Frau Freitag, die beiden räumen die Möglichkeit ein, dass Schülerinnen bzw. Schüler Praktika machen können in der Firma, eben sich auch technisches Know-how erwerben. Die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule soll vor allem frischen Wind in die Schule bringen. Ebenso soll den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, sich schon möglichst früh mit wirtschaftlichen Prozessen und Denkweisen auseinanderzusetzen. Ich denke, es ist heute ganz wichtig für Unternehmen schon frühzeitig den Schülern, die Schüler ans Unternehmen zu binden, aber auch mal vielleicht ein bisschen Wirtschaft in die Schule zu bringen. Der Schule, die ja immer so ein bisschen autark ist, auch den Lehrern und der Schulleitung mal zu zeigen, wie Wirtschaft funktioniert. Auch Schulbesuche gehören zum Programm von Wirtschaft macht Schule. Vizepräsident der IHK Karlsruhe sieht dies als besonders effektiv an. Es ist ja nicht nur so, dass die Unternehmen ein Praktika anbieten, sondern es wird informiert in den Schulen, in den Klassen über die einzelnen Berufsfelder. Man lernt zum Beispiel in einem Lebensmittelmarkt kennen, wie viele Berufsfelder gibt es denn da. In einem Supermarkt zum Beispiel können sie zwischen 10 und 14 Berufsfelder ausbilden. Das weiß man draußen gar nicht. Und so kann sich der junge Mensch orientieren, rechtzeitig schon orientieren, in welches Berufsfeld möchte ich denn einsteigen, wenn ich irgendein Unternehmen besuche. Durch die Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen können die Schüler sich frühzeitig mit ihren Zukunftsplänen auseinandersetzen. Und auch das Unternehmen kann so den einen oder anderen zukünftigen Auszubildenden für sich gewinnen.